nächstes mal jetzt nächste mal also nächste mal und das ding läuft auch sehr schön guck mal marito marito ist auch wieder da man geht das auch wieder nach mir geht der fisch aus was kann ich denn aus der uralten rinde machen zumal ich verdammt die ist verdammt schwer das ist also soll ich mal hier auch eine treppe dran machen er ist nun durch den ast hier ich warte neun kann stehen neun habe ich noch den habe ich jetzt da ins wasser geschmissen habe ich schon mal drei ich denke jetzt eine bitteschön mit den schritten hinten ja perfekt passt wir kommen von beiden seiten hoch wir kommen von beiden seiten runter hatte ich überlegt und von da aus dann weiter zu wandern aber als allererstes ich brauche eine kiste ich habe so viel scheiße in der tasche das problem muss jetzt in holz haben das irgendein baum fällen hier die frage recht aber ansonsten na diesen baum kann ich offensichtlich nicht wenn besuch für den für dich oder für uns von wo sumpf also quasi kommen die zu dir ja aus deiner richtung aus meiner richtung aus der flammenrichtung flammenrichtung für dich aus der flammenrichtung ah ich sehe ok scheiße was hab ich denn da hinter mir haaa 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 Fichtichtish Hahaf hahaf Ohhhhhhhh mm Maaf Der ist aber scheiße drauf ... ... ... ... ... M ... ... ok also ich warte dann bist du tot bist schön das ist auch da leg dich zu mir ins bettchen ich gehe es erst mal ich gehe es erst mal ich gehe edelholz holen und wie viele augen brauchen wir ich doch eben ich habe das schon geschlafen mache ich denn hier so wie viele augen brauchen wir also 20 zusammen 20 15 habe ich hier hier sind noch 22 habe ich schon in der tasche so ein südling kern habe ich noch so das heißt dort heißt das heißt das heißt so wir bauen uns jetzt hier oben ach hier ist gar keinen zu den kern männer das heißt das heißt wir bauen so wir müssen dann echt noch mal rüber um den einen kern zu holen wir müssen wir müssen definitiv guck mal wir kriegen auf jeden fall neues gift kann ich direkt neue reinpacken so ja dann würde ich mich hier unternehmen da würde ich mich das portal hier abreißen und dann drüben hinsetzen dieses hier willst du da drüben hinsetzen hatte ich mir dann überlegt ob das sind weil drüber laufen können wir hier sich über den dings dann eigentlich nur essen solch holz mitnehmen so viel ich dran kann ja dann nehme ich das portal mit ja wie weiß ich das holz trennen ab ich muss da jetzt drauf einschlafen hier warte dann haben wir warte werfe ich werfe ich aus dem fenster oder auch nicht ich muss mein schritt zur seite so jetzt willst du mich verarschen der wirft die nicht aus dem fenster bitteschön krieg ich den damit ab hier ich hätte vielleicht ein portal voll abbauen sollen aber ist ja noch ein hammer ist ja nicht schlimm die geister lassen sich angeblich leicht mit dem schild blocken bronze aufwärts ja ist ja alles schön und gut aber wenn du dann auf einmal einen hinter dir hast ist das nicht mehr so schön das ist nie war nicht lustig brauchen wir kernholz nehme ich auch mal mit was soll's die diesbohren tagsüber ja sehr schön komm mal ja ich muss mal ein bisschen zorn ablassen kommen ja das schlimme ist halt dass mein zeug sitzt da mitten in der pampa liegt mitten in dem ding da unten drin hab mein zeug noch irgendwie oben drauf gepackt ja sehr schön also ein bisschen kann ich auch noch mitnehmen jetzt habe ich jetzt 50 26 32 zu viel das heißt du trägst zu viel anlass ich das kernholz hier das kernholz hier und davon 300 kilo ernsthaft edelholz wiegt mehr als das normale holz natürlich ja ist ja auch deutlich schwerer fichte nimmt fichte alter ich stehe da jetzt mit sechs mann da vorne wo sind nur drei vier vier grau zwerge direkt quasi am ende unserer treppe ich komme ich komme auf jeden fall haben wir also essen haben wir hier jede menge noch was hier so rum schwimmt das ist nur wegen deinem gesicht für uns war es schon lustig der weg glaube ich euch ich habe schon wieder keine ausdauer du hast verfolger das ist mir egal was hier noch irgendwie durchkommen in der hoffnung nicht irgendwie an irgendwas hängen zu bleiben und auf gegner zu treffen so oder haben wir den weg schon kann ich gleich mitnehmen und ein grafstein steckt mitten in der so kern fahren ja weiß ich aber sowas von drin ja so richtig mittendrin so jetzt muss ich habe die zwerge am arsch wurst das habe ich das habe ich das habe ich aber wir kriegen schon wieder besuch ich muss das holz rauswerfen brauchen wir die kohle kann ich hier und ich habe den feilen bogen passer kommt jetzt scheiße da kommt der hoch pass auf ich dachte die kommen hier nicht hoch da habe ich auch gedacht da müssen wir so das war meiner ich bin extra noch da hoch gerannt um da zu sterben damit ich ruhe habe wenn ich meine sachen daraus ja mein schwert liegt auch oben zumindest mein schwert oh mein gott wir sind schon zwei pläppos herr hast du keine ausdauer mehr hast und grenzt hier über ne logisch hallo ich will schon meine sachen wieder kommen das schlimm ist halt die giftresistenz ist jetzt auch weg die habe ich jetzt einmal umsonst vergoldet natürlich hat er steht mitten im weg ja ernsthaft jetzt ja aber du bist so eine muschi leck mich doch am arsch kannst meine treppe abreißen oder so oder so wie komme ich jetzt haben wir hier irgendwo da hinten steht noch einer da muss aufpassen das 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 hätte ich noch gerne aber wie da hin kann ich den gerade daraus tun oder haben wir gesagt brauchen wir halt nicht dann können wir den da hin tun ok kiste wollte es nicht sofort sofort nee ich bin schon dabei easy peasy lemon squeezy ich brauch den bogen ne 2 aber so ich habe auf jeden fall schon mal komm mal her jetzt meine sachen wieder da muss ich erst mal sortieren hier du auf die drei schwert auf die eins du auf die vier auf die fünf du auf die vier so wo ist meine axt ist da so ja keine mehr sporn was noch dingens haben eine werkbank ja die fülle kann weg nicht da brauchen wir nicht die hose welche werkbank ja brennen leute brennen jetzt habe ich keinen platz mehr um die sollten gerne mitzunehmen ich habe in die hintere kiste pack die ganze trophäen rein nur trophäen das kann ich da rein machen was kann ich da hin machen ja das muss man was einfallen lassen wie die typen hier nicht mehr hochkommen ja das ist halt ne ja ja jute kraft ist so ich kann aber hingehen ich kann aber ich kann aber ich kann aber auch nichts warte mal hol ähm 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 so also wir haben das problem dass die typen hier immer ankommen hast du gerade zufällig gesehen wieder hier rauf gekommen ja der ist da vorne hochgesprungen der ist hier hochgegangen also das heißt wenn wir hier da wo ich jetzt stehe da ist der hochgegangen aber jetzt verstehe ich gar nicht mehr wie jetzt verstehst du mich gar nicht mehr jetzt ja jetzt wieder ähm das heißt wir müssten hier irgendwas hinbauen wo der nicht hochkommt und quasi so ein ähm ähm sag mal so na wie heißt gesagt ja oder so ja das ist auch möglich ja in der zeit baue ich nehme ich jetzt wir haben nicht hier oben absolut keinen platz mehr habe ich noch holz jetzt natürlich gefundet weil wahrscheinlich da kommen jetzt mit dem bauradio ist nicht hin obwohl weiter von hier oben könnte ich von hier aus wenn ich jetzt so das könnte klappen nicht nur holz okay das ist easy dann das kriegen wir hin oder so ist müsste ich da eben mal runter immer gesagt auf den packen rein so dann müsste nehme ich auf den baum den genau das passt doch so dann bauen wir da eine stütze rein müsste auch halten eigentlich dann bauen wir da ja ernsthaft der ist mich wieder hier am am ärgern ist der mich da hängt er in der luft ne so müsste doch halten eigentlich upsala würde kannst du mich hier hoch springen genau da hin da kann man den kurzen hin machen so dann haben wir auf der seite schon mal einen kleinen reingang und jetzt kommt einer von der seite müssen wir nur unten von unten da ein kernholzbalken drauf ziehen das ist ja kein thema jetzt haben wir das hält aber ja wo ist der denn ach da hängt der das ist ja ist Komm her! Da ist ein Trauger. Ich kann nichts essen. Da haben wir... Ja, komm her. Ich habe ein Trauger mal eben zum Torkeln gebracht. Ja, ich habe mal abgeschossen, der hat getrokelt. Ich würde nur gerne hier ein paar Lagerfeuer aufbauen. Ja, bin ich bei dir. Wobei ich glaube, die werden hier nicht funktionieren, ne? Weil müsstest du dann ein... Ich habe kein Holz mehr, ernsthaft. Ja, ich versuche hier gerade... Das reicht nicht, ne? Ich habe kein Holz. Ich habe kein Holz. Scheiße. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir beenden erst die Folge, weil wir... Deutlich, ja. Ja. Kannst du hier noch... Hier kannst du das Portal beschriften. Ja, mache ich sofort. Aber erst in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, dann bis zum nächsten Mal.